Hinter dem Namen Head U-Tech 5-Star verbirgt sich dieser High-End-Control-Rahmen. 255 Gramm bei 107er Kopf, bei einer 36er Balance und einem 16x19 Seitenbild. Dazu kommen ein paar technische Neuerungen, unter anderem hier oben der Control Ring für verbesserte Kontrolle wie der Name schon sagt und dann gibt es noch das Quad-Face an diesen vier Punkten, das maximiert den Sweetspot. Daneben gibt es noch ein paar weitere Highlights, zum einen ist hier die D30 Technologie angewendet, das bedeutet bei weicheren Bällen reagiert der Rahmenweicher, bei härteren versteift er sich ein bisschen mehr. Dazu gibt es einen fest integrierten Dämpfer und den neuen Multi-Zone Grip.